Das Fest ist eröffnet! Herr Beutke, Brandenburg wird 25 Jahre. Kann man sich was Schöneres vorstellen als so ein großes Geburtstagsfest für sein Bundesland? Nee, es ist schon wunderschön. Es sind Leute aus allen Regionen hier und feiern gemeinsam. Es ist toll, es zeigt die Vielfalt. Und ich glaube, das Schöne an diesem Fest heute ist vor allen Dingen, dass die Vielfalt des Landes zum Ausdruck kommt. Und alles zusammen ergibt dieses wunderbare Brandenburgbild, dieses wunderschöne Brandenburgbild. Zeigt sich heute hier im Konzert. Ich komme hier aus Berlin und feier 25 Jahre Brandenburg mit. Und das zeigt sich nochmal, warum Berlin so stolz ist, Brandenburg als Nachbarn zu haben. Hier sehen wir, dass alle Regionen vertreten sind mit all den Reichtum und Schätzen, die sie haben. Das ist wirklich wunderbar. Und deswegen kommen viele Berlinerinnen und Berliner auch zur Erholung hierher, einiges zu genießen. Also passiert ja ganz was Wichtiges. Dass nicht nur Potsdam dabei ist mit seiner erfolgreichen Entwicklung und den Sorgen, die manchmal nicht so richtig verstanden werden im flachen Land. Sondern das ganze Brandenburg ist dabei mit all seinen Landkreisen und das tröstet mich. Ich hoffe, dass viele Potsdamerinnen und Potsdamer hier sind und sich mal anschauen, dass nicht nur Potsdam Brandenburg ist. Also ein großes Land mit vielen tüchtigen Leuten, wenn auch mit unterschiedlichen Bedingungen. 情 Stephen da. diese Projektition. Jeder König König jest gleich da. Ich hoffe, dass wir heute noch nicht so gut vertreten, wir uns folgt wie immer. prophecy ist wieder kurz gesagt. роз funds, keinezuw объgebaut oder technische Grund�� McDonald.